Der Primozko-Jekolzow, russisch-Küstenring, ist eine im Bau befindliche Ringautobahn im Nordwesten der russischen Oblast Kaliningrad. Er soll bei Kaliningrad beginnen und enden und in Ostseeküsternähe in einem weiten Bogen um die sammländische Halbinsel verlaufen. Bis 2011 wurde der Abschnitt von Kaliningrad bis in die Nähe von Svitlokorsk fertiggestellt. Die soweit fertiggestellte Straße hat den Rang einer Föderalstraße und trägt die Nummer A217. Der amtliche Name dieser Straße lautet derzeit Primozko-Jekolzow, Ruh. Küstenhalbring. Zu dieser Straße gehören auch Abzweigungen zum Flughafen Kaliningrad bei Kraprovo, nach Silnukratsk, nach Pionaski und nach Svitlokorsk.